Kisten Was macht das? Kümmer die ganzen Crap Ich war eigentlich in dem anderen Gang Ich bin eigentlich noch runtergefallen Ups Na so, ups Boah, was gut Hier steht schon mal 3 Kisten Na da will ich dir helfe ich Und meine ich mal grad ein bisschen mit Wenn ich eh hier bin Ist ja nicht viel, nur dass ich grad von der Wand kratzen Richtig Das geht ja ruckzuck Theoretisch Je nachdem wie viel man so weit macht Ist natürlich auch jede Menge Kohle Ja, aber den anderen Gang, den linken Da hab ich schon mal ein bisschen Hinteren Teil hab ich schon Weggefahren Jo, ich fang vorne jetzt an Grad ein bisschen ausleuchten Nicht, dass hier noch Tummelum passiert Ah, da ist noch ein Kupfer Ein bisschen So, Eisen Herrlich Ich würde sagen, die zwei lassen wir doch noch 80 mindestens in die Richtung laufen Wie sie gerade stehen Ich würde gerne machen, einer steht noch da hinten Ich hab nur Achso, meins mit Kohle Ja, Kohle hab ich dabei Hä? Die Laut Hä? Die haben noch Energie für genug Für noch einen Gang Haben sie noch? Jaja, das ist gut Die halten lange Okay Ist ja gar nicht so viel gewesen, was die jetzt Abgefarmt haben Was hast du gesagt? 200 Epis, ne? Hast du? Ja Haben die noch 800 Was? Hast du gesagt, sie haben 200 Epis-Items gesammelt 400 Oder so Dann haben sie noch für ein Für einmal Fahren Ja, die können ja so lange fahren, bis sie nicht mehr fahren können Bis wir brauchen Richtig Ich ist euch egal Kohle 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 Aber es gibt Zeug Oh yeah Uran Der baut Den hast du bauen lassen? Ja Hä? Oh, ich wollte nur mal Weißt du Hast du Hast die beide wieder angestellt Ja Ja Machst du nur mal leer, ne? Achso, den einen links habe ich nicht leer gemacht Den habe ich gerade Achso, rechts der ist leer Gut Den Gang habe ich aufgefarmt Ha? Rechts den habe ich leer, ja Gut Ich habe den hier So, hier ist noch jede Menge Kohle Wo hast du denn Kohle gefunden? So Hier im anderen Gang Ja Bin ich eben nur durchgelaufen und habe die Zombies blattgemacht Weil die genervt haben So Ja, das tun die So Viecher Keine Fackel mehr Naja Ich habe auch nur noch elf Oh, hier vorne liegt noch was Eisen Eisen kann man sich ja hier wirklich tot schlagen, ey Das ist ja unglaublich, was es hier an Eisen gibt, ey Ja, ne? Das ist richtig Wir haben ja auch schon ganz viel davon Eisen Ja Quasi So, das und das und das So, jetzt gehe ich hoch, jetzt lege ich das gleich in den Brennerofen da Ja Wenn ich eh auf dem Weg bin Ähm Können wir da gleich das Ey, jetzt braucht noch Kupfergabel Ach scheiße Kupfer Kupfergabel habe ich eben gemacht Brauche ich auch noch ein bisschen kreisig Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Also ich bin gerade auch wieder am Kupferbrennen Davon ab Da habe ich 27 Ja, reicht erstmal Zur Not haben wir hier auch noch Kupfer Und was So, jetzt brauche ich den Iron Furnace und muss einen Generator draus bauen Das mache ich so So Und so Und So Dann mache ich aus dem Generator, brauche ich noch Achso Ne, Holz Holz und Sticks Ja Neun, zehn 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 haben wir, ist da unten mal was Drei nach und zehn Ah, ich bringe ja gerade Bestimmt Rot, Rot Oh klasse Hast du da gerade Kupfer reingeschmissen? Wo? Ja, hast du Ich sammle das ganze Kupfer gerade auf, was du da eingeschmissen hast Kannst du gerne machen Achso, fällt das durch oder was? Ja, aber wobei da war noch Zinn drin Wo? Ach hier hinten im Ofen oder? Ja So, jetzt fertig gleich Da kann ich ja nichts zu So Naja Ist wurscht Jetzt ist drin Ja, das geht auch viel zu lang bei mir Genau Wir brauchen so einen elektrischen Ofen Und wir brauchen einen vernünftigen So einen großen Pulverisator Gibt es ja auch hier mit so einem Den gibt es ja eine Nummer größer Quasi Hat er zwei Eingangsdinger Weißt du? Ah Achso Der je nach Geschwindigkeit mehr Drehzahl kriegt Der halt das Ding Und dementsprechend geht das Ding auch schneller Damit kannst du auch so einen schönen elektrischen Ofen Betreiben Quasi Ja Und wenn du dann hier vorne auch noch eine Kiste hinstellst Ja mit einer Pumpe dran und hier als quasi Nur als, ne? Ja Mit Direktverbindung am besten zur Quarry Und alles Eisen und alles Kupfer oder Gold und was auch immer Alles da schön als direkt in den Ofen schiebst Das ist ein never ending story Achso Glas So viel Glas brauche ich nicht Gut, dann mache ich mich jetzt mal da dran Dann mache ich jetzt ein paar Kupfer hier noch Kupferkabel mache ich, oder? Ja, ich habe hier auch noch 64 Kupfer reingelegt Okay Ich wollte Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte auch noch einen Schiss weglegen 3C 3C Henn Äh Was? Da 3C Neh mal mit Ähm Pfeil Da Sticks Sticks Und Holz Holz Braucht ganz viel Da Sticks Braucht ganz viel Brauchst du ganz viel? Ja, hab ich schon Alles gut So Ich brauche immer noch mehr Generatoren Okay Ach nee So Dann brauchen wir Gold So So Dann brauchen wir Gold Jede Menge Weil Ich gehe deshalb auf Gold Ähm Dinger Weil die sind nämlich Arschnell Transportrohre Ach ja Okay Ähm Ich werde jetzt vielleicht nicht alle aus Gold machen Naja Gut, Gold haben wir eigentlich genug Wir könnten auch Steindinger zwischendurch machen Dann wird es halt ein bisschen abgebremst Aber die Gold sind halt quasi Zum Beschleunigen gut Dann haben wir noch Diamanten eigentlich So ein paar Ja Bestimmt Weil da brauchen wir nämlich auch ein paar Rohre Eieiei Aber es gibt Aber es gibt Aber es gibt ja zum Glück immer aus zwei Diamanten und einem Glas Gibt es ja zum Glück immer an Rohre Ja Zum Beispiel Weil die Diamanten in Rohres Die sind zum Beispiel zum Verteilen ganz praktisch Gibt vielleicht auch noch andere zum Verteilen Aber ich hab das jetzt mit Diamanten gemacht Weil ich auch dementsprechend genug Diamanten hatte Ja Ähm Bietet sich das ja quasi an Ja So, dann nehm ich mal die Motoren mit Dann nehm ich mal Die Schalter, die hab ich hier Das hab ich da Und das da Da schmeiß ich mal irgendwo in die Ruhe Das brauch ich nicht Dann nehm ich Wo hab ich denn die Quari Und den Steinbruch Ähm So Da Da Mach ich ab So So Hier haben wir noch Kabel liegen, falls du brauchst, ne Ne Ich hab genug Hat leider nicht geschickt für Also mein Das Zinn hat leider nicht geschickt für 32 Generatoren Achso Das ist die 16 die ich eh noch hab Achso 58, naja Ja Reicht quasi Sechs Stück noch Ähm Haben wir noch irgendwo anders Batterien Oder haben wir nur noch die zwei Äh Eine kannst Da Das bräuchte Drei Ja Ja Das ist schön Geh nehm ich Super Vielleicht geht's So Jetzt müssen wir noch ein bisschen gebranntes Eisen warten Äh Drüben Então Achso Apropos gebranntes Eisen würde ich auf hier nehmen Ja ich hab ein ganzes Deck drinnen Achso Okay Ja, der Elektroofen, der ist ganz schön.